Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwei unserer Freunde sind in ihrer Gewalt Sucht eure Freunde, doch macht euch keine Hoffnung Die ist verloren in dieser Gegend Wir haben uns verirrt Ich glaube nicht, dass Gandalf diesen Weg für uns geplant hat Es gibt vieles, was er nicht geplant hat, Sam Das ist unmöglich Ich kehre zurück Am Wendepunkt der Gezeiten Saurons Streitmacht hat mit dem Ansturm begonnen Er bedient sich Sarumans, um euer Volk zu vernichten Sie waren unbewaffnet Und sie wurden nicht gewarnt Dies ist nur ein Vorgeschmack des Schreckens, den Saruman heraufbeschwört Ihr müsst kämpfen Ich werde keinen offenen Krieg wagen Er steht euch bevor, ob ihr ihn wagen wollt oder nicht Eine neue Macht erhebt sich Ihr Sieg ist nah Eine Armee, gezüchtet für einen einzigen Zweck Um die Welt der Menschen zu vernichten Führe das Volk nach Helmsklamm Auf Geheiß des Königs Wird die Stadt geräumt Wo ist sie? Die Frau, die euch dieses Schmuckstück hat Das Bündnis zwischen Elben und Menschen ist aufgelöst Unsere Zeit hier geht zu Ende Arvens Zeit geht zu Ende Lass sie gehen Wo ist er? Wir fesseln ihn und lassen ihn hier Nein! Du weißt den Weg nach Mordor Es gibt kein Morgen Wir füllen ihn! Für die Menschheit Der Ring Frodo Du bist ihm verfallen Du hast die Gabe der Vorhersicht Sag mir, was du gesehen hast Er wird nicht zurückkehren Der Widerstand Muss halten Er wird halten Hier gibt es nichts für dich Nur den Tod Noch gibt es Hoffnung Er wird nicht zurückkehren Untertitelung im Auftrag des Feldes Zioner Hier gibt es гоribe